Ja, wie soll es auch anders sein, am Freitag spreche ich diese Sendung ein. Nummer 17 ist nun da, nur für euch, wie wunderbar. Ja, ich sage euch ein herzliches Willkommen und Hallo zur 17. Sendung von ABG Info on Air. Und wie ihr seht ist der Sommer zurück, ja und eigentlich könnte man dieses Wetter friedlich und ohne Sorgen genießen, wenn es da nicht einige, ja was heißt einige, einige viele Probleme auf dieser Welt gäbe. In Europa, Deutschland, Thüringen und auch unser ehemals friedliches, beschauliches Altenburg und Altenburger Land hat sich geändert. Nein, nicht zum Guten, für uns alle zum Schlechteren. Ja, und der Grund ist eine antidemokratische Brüsseler Europaregierung, die uns eigentlich nichts zu sagen hat, denn wir sind immer noch freie Nationen. So wie eine sogenannte Kanzlerin in Berlin, die ausschaut, als hätte sie Psychopharmaka genommen. Da sie nur vor sich hin stiert und gäfert, wir schaffen das. Und für Thüringen ist zuständig so ein Inschallah Ramelow aus Erfurt, der mit einer Gebietsreform jetzt noch mehr zerstören will, als man bisher mit der Flutung durch illegale Einwanderer geschafft hat. Ach ja, und die Landrätin zu Ramelows Gnaden, die doch tatsächlich immer noch Altenburg flutet mit sogenannten Flüchtlingen. Mehr Informationen zu diesem Thema, was die illegalen Einwanderer bzw. die angeblichen Flüchtlinge angeht, könnt ihr in dem gut recherchierten Faktencheck des Bürgerforums Altenburger Land nachlesen. Also das ist mal ein Tipp, der müsste ja eigentlich auch bei euch im Briefkasten gewesen sein. Wenn nicht, findet ihr den auch auf unserer Seite. Aber nun kurz zu einem anderen Thema, welches die Gemüter im Landkreis zurzeit hochkochen lässt. Die Ferien sind beendet und die Schule geht weiter. Wie viele wissen, viele kleine Schüler und Schülerinnen haben sich natürlich gefreut und werden nun enttäuscht, denn der Unterricht muss ausfallen. Es gibt keine Lehrer, Lehrerinnen, die sind krank oder es fehlt das Geld für neue Lehrer, um diese einzustellen. Und wir fragen uns, tja, wo sind dafür plötzlich die Gelder hin? Und man kann sich ja ungefähr denken, wo das Geld hinfließt, schon mal was von Integrationsklassen mit Deutschlehrern gehört. Brauchen sich manche Klassen nicht zu wundern, wenn sie keinen Deutschlehrer mehr haben. Ja, oder schon mal was von der Gesundheitskarte für Migranten gehört. Ja, auch da geht viel, viel Geld hin. Und man hört ja so einiges. Zum Beispiel werden Neubürger bei den Krankenkassen zum Privatpatiententarif abgerechnet. Ja, die Milliarden, die jetzt draufgehen, könnten für kostenlose Kindergartenplätze, kostenlose Schulspeisung und soziale Angebote wirklich besser genutzt werden. Ja, aber zurück zur Schule und Lehrraum. Denn wir haben so einige Informationen von Eltern erhalten, zum Beispiel aus der Mäderschule und der Grundschule Plantane. Die Eltern sind empört darüber und wir meinen zu Recht. Ja, und was fällt der Landrätin zu diesem Thema ein? Sie stellt die Schulen auf dem Land zur Disposition. Sagen Sie mal, Frau Seuga, merken Sie es noch, jahrhundertelang wurde Bildung großgeschrieben und es hat alles funktioniert, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Und mit einmal soll so etwas nicht mehr funktionieren und das allen soll uns gewiss sein, ist nur vorgeschoben, um etwas durchzusetzen, was uns als Bevölkerung nachhaltig schaden wird. So, und nun, liebe Leute, lasst euch nicht verarschen, sondern informiert euch, vernetzt euch, schaut alternative Sendungen bzw. Berichterstattungen an. Und vor allen Dingen, habt ihr Infos oder Kummer zu derzeitigen Problemen, auch wenn dies nicht mit illegalen Einwanderern zu tun hat. Das Bürgerforum Altenburger Land hat für alle ein offenes Ohr. Ihr müsst es nur publik machen, erst dann kann man handeln. Okay, soweit nun zur aktuellen Situation. Ihr seid es ja nun langsam gewohnt, dass wir ja auch mal ein paar politische Spitzen mit reinsetzen. Kommen wir nun zu den Berichten für die Woche vom 15.8. zum 21.8. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, und da bin ich wieder. Ja, kommen wir nun mal zu den aktuellen Berichten aus der Stadt Altenburg. Die Sommerferien 2016 waren wieder mal viel zu kurz. Das Ferienprogramm des Johanniter Kinder- und Jugendhauses ließen die schulfreie Zeit wie im Flug vergehen. Auch in diesem Jahr konnten Kinder und Jugendliche im Johanniter Kinder- und Jugendhaus wieder mit einem unterhaltsamen Ferienprogramm rechnen. Zahlreiche Angebote in und um den Jugendtreffpunkt in Altenburg-Nord, wie zum Beispiel eine Schnipseljagd, ein Dart- und Kickerturnier, eine lustige Sommer-Olympiade oder auch ein Mädchentag mit Schmink- und Modetipps, sorgten für viel Abwechslung während der Sommerferien. Natürlich ging es bei schönem Wetter in Südbad oder auch mal zum Wasserspielplatz der Klinik in der Zeitzer Straße. In der zweiten Ferienwoche fuhren elf Kinder aus dem Kinder- und Jugendhaus zur gemeinsamen Freizeit für sozial benachteiligte Kinder, unterstützt durch das Jugendamt in die Jugendherberge Hormersdorf im Erzgebirge. An vier Tagen wurde unter anderem im Greifenbach-Stausee gebadet, im Naturtheater Greifensteine Winnetou angesehen, im benachbarten Hochseilgarten geklettert, eine Edelsteinschleiferei besucht oder mit GPS-Geräten eine Schatzsuche erlebt. Auch waren wieder jede Menge Tagesausflüge durch die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses für die Besucher geplant. So ging es zum Baden nach Pana, ins Freibad Waldenburg, an den Heimbergsee nach Meuselwitz oder an den Kostputner See bei Leipzig. Besonders beliebt waren Ausflugsziele wie Belantis, dazu Leipzig, die Leipziger Kanäle zum Paddeln oder auch der Stausee Chemnitz-Rabenstein zum Klettern und Baden. In den letzten Ferientagen verpassten die Kinder und Jugendlichen der Sitzgelegenheit auf dem Außengelände des KJHs ein neues Design mit coolen Graffiti-Motiven, wofür die Schablonen selber gebastelt wurden. Am letzten Feriendienstag, dem 9. August, stieg dann eine tolle Ferienabschlussparty mit verschiedenen Spielen, Musik, Kuchen am Nachmittag und Kessel-Kulasch zum Abendbrot. Nochmals geht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dem Verein Freude am Laufen e.V. für die Spende von 400 Euro, welcher einen großen Beitrag zur Finanzierung der Ausflüge geleistet hat. Ja, und es gibt eine Kooperation zwischen Schloss und Meterschule. Museum entdeckt und gedruckt, so lautete in der Vorwoche das Motto für 14 Hortkinder der Gemeinschaftsschule Erich Meter. Das Sommerferienprojekt in der Zeit vom 1. bis zum 5. August kam aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Schule und dem Schloss- und Spielkartenmuseum zustande und wird außerdem mit einer großzügigen Zuwendung des Altenburger Schlossvereins unterstützt. Die Schüler der 1. bis 3. Klassen sind mit Feuereifer bei der Sache. Spannend ist es für sie, das Haus mit den unterschiedlichsten Sammlungen zu entdecken und kennenzulernen. Was passiert wohl, wenn Hausmeister Bratfisch die wertvolle chinesische Vase fallen lässt? Oder wenn Kunst von Kaufung die Prinzen Ernst und Albrecht entführt? Geschichte und Geschichten werden von der Museumspädagogin Gabriele Heinecke anschaulich vermittelt. Das Gesehene wird in Zeichnungen umgesetzt. Jedes Kind entscheidet sich in der Ausstellung für einen Lieblingsgegenstand. Unter Anleitung der Künstlerin Julia Pendorf aus Leipzig werden die Zeichnungen übertragen und gedruckt. Als Endergebnis sollen Plakate, Postkarten und Schulhefte hergestellt werden. Alle Beteiligten sind gespannt, was entstehen wird. Ein Fazit kann in das schon jetzt gezogen werden. Der Spaß und die Freude bei dieser Projektwoche kamen nicht zu kurz. Ausgestattet mit schönen Produkten und viel Wissen starten die Mädchen und Jungen nun ins neue Schuljahr. Eine positive Nachricht erreicht uns aus Patitz. Dort haben die Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus begonnen. Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Patitz haben Ende Juli Bauarbeiten begonnen. Ziele der diversen Maßnahmen ist es, das Gebäude auf Vordermann zu bringen und zu dessen Erhalt zu sichern. Die Investition ist erforderlich, weil der Zustand des Gerätehauses bislang nicht den Anforderungen, die heutzutage für ein solches Objekt gelten, entspricht. So fehlen unter anderem eine Heizung und PKW-Stellplätze für die Fahrzeuge der Einsatzkräfte. Zu den Arbeiten, die nun laufen, gehört die Nachrüstung der Außenwände und der Dachunterschale mit Wärmedämmung. Vorgesehen ist zudem der Einbau neuer Fenster, einer Gasheizung und einer Auspuffgasabsaugung. Überdies sollen die Fußböden der Fahrzeugabstellplätze erneuert werden. Zum Projekt gehören übrigens auch Malerarbeiten. Schließlich werden PKW-Stellplätze für die Einsatzabteilung errichtet. Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten an dem Gerätehaus Ende September abgeschlossen sein werden. Die Kosten summieren sich voraussichtlich auf rund 120.000 Euro. Davon sind knapp 90.000 Euro Fördermittel, die das Amt für Landesentwicklung und Flurneuordnung bewilligt hat. Mit den Bauarbeiten will die Stadt einen Beitrag zur Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Patitz leisten. Die Wehr des Altenburger Ortsteils ist ein wichtiger Bestandteil der Gefahrenabwehr im ländlichen Raum, insbesondere im Hinblick auf Hochwasserereignisse. Ohne das Feuerwehrgerätehaus wäre der Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehr nicht gesichert. Der Freiwilligen Feuerwehr Altenburg Patitz gehören übrigens zur Zeit zwölf Mitglieder an. Ja und vom Patitz kommen wir nun mal zum Nordplatz, der entwickelt werden soll zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Die Pläne zur Gestaltung des Nordplatz waren das beherrschende Thema einer gut besuchten Einwohnerversammlung. Rund 200 Interessierte folgten am Montagabend einer Einladung von Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf in die Wenzelhalle. Das Stadtoberhaupt informierte unterstützt von Fachleuten seiner Verwaltung und den beauftragten Planern über die bevorstehenden Maßnahmen und den aktuellen Zeitplan. So war zu erfahren, dass im kommenden Monat der aufwendige Abriss des Gebäudes Nordplatz 13 beginnt. Das ist übrigens die ehemalige Bibliothek, später war es mal ein Fitnessstudio und unten sollte mal eine Videothek rein. Unten war dann auch mein Stammfrisseur ganz früher mal gewesen. Ist schade um das Gebäude, aber was soll's ne? Der verwaiste Plattenbau ist längst zu einem Schandfleck in Altenburg Nord geworden. Der Rückbau soll im Dezember dieses Jahres geschafft sein. Parallel zum Abriss des Gebäudes Nordplatz 13 wird die alte Toilettenanlage abgebrochen. Mit den beiden Abrissmaßnahmen wird der Weg zur Schaffung eines einladend gestaltenden Stadtteilzentrums geebnet. Der in den 1980er Jahren konzipierte Nordplatz gilt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung bekanntlich als überdimensioniert. Erklärtes Ziel ist es, das zu groß gewordene Areal auf ein gesundes Maß zu schrumpfen. Der Nordplatz soll zu einem lebendigen und grünen Treffpunkt für alt und jung werden. Auf dem Papier ist diese Version schon Wirklichkeit. Ihr könnt auf unserer Seite auch den Plan mal anschauen. Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, einen Blick auf den Vorentwurf der Freianlagenplanung zu werfen, die in der Einwohnerversammlung gezeigt wurde. Zu einem funktionierenden Stadtteilzentrum gehört neben Post Sanitätshaus und Ärztehaus auch ein kleinklietriger Einzelhandel. In diesem Zusammenhang machte der Oberbürgermeister klar, dass die Aufgabe der Stadt nur darin bestehen könne, gute Rahmenbedingungen für vorhandene und sich ansiedelnde Gewerbetreibende zu schaffen. Es sei nicht möglich, Entscheidungen privater, die der Neugestaltung und der Belebung des Nordplatzareals widersprechen, zu verhindern. So sei zurzeit unklar, was aus dem ehemaligen Rewe-Markt werde, ermutigend seitdem gegenüber das Engagement des DAK, das auf dem Grundstück Albert-Levy-Straße 59a behindertengerechte Wohnung bauen lässt. Im weiteren Verlauf der Einwohnerversammlung wurde deutlich, dass die Gestaltung des Nordplatzes ein komplexes Vorhaben darstellt, das mehrere Aspekte beinhaltet. So sollen große Teile der riesigen Fläche entsiegelt und begrünt werden, sodass ein Stadtteilpark mit neuen Wegen, Bänken und Bewegungsangeboten entsteht. Die Einbeziehung der vorhandenen Begrünung in die Planung ist indes nur ein Aspekt des Gesamtvorhabens. So sollen die verschiedenen Freiräume trotz des erheblichen Geländeunterschiedes weitgehend barrierefrei miteinander vernetzt werden. Für den regelmäßig stattfindenden Wochenmarkt auf dem oberen Stadtteilplatz soll eine neu gestaltete Fläche geschaffen werden, ebenso soll die Stellplatzsituation am Ärztehaus und an der Schule neu geordnet werden. Ja, und die Umsetzung des Ganzen soll in mehreren Bauphasen erfolgen. Das Groß der anstehenden Arbeiten im Jahr 2017 und 2018. Die konkreten Ausführungstermine hängen auch davon ab, wann weitere Fördergelder bewilligt werden und wie hoch der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil an der Finanzierung sein wird. Ja, nähere Informationen zu diesem Bericht erfahrt ihr auf unserer Seite. Den Link dazu in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ja, und für alle, die zur Post wollten und die Umleitung fahren mussten oder auch die Marstallstraße runterfahren wollten und es ging dort nicht mehr weiter, die Arbeiten sind in der Schlussphase. Die Asphaltierung der Marstallstraße bis zum Theaterplatz ist geschafft. Damit ist der bislang noch unsanierte Abschnitt der vielbefahrenen Straße nun in einem ordnungsgemäßen Zustand. Ende dieser Woche soll die Baustelle beräumt sein, sodass voraussichtlich am Freitagnachmittag, also heute gegen 17 Uhr, die Verkehrsfreigabe erfolgen kann. Die Arbeiten hatten am 18. Juli begonnen. Vorbei ist also nun die Zeit, dass Autos und Zweiräder auf der Marstallstraße über holpriges Pflaster fahren mussten. Die Maßnahme ist vor allem mit Blick auf die Verkehrssicherheit und dem Lärmschutz für Anwohner ein bedeutender Gewinn. Die Kosten für die Arbeiten auf dem letzten Abschnitt der Marstallstraße summieren sich voraussichtlich auf 39.000 Euro. Oberbürgermeister Michael Wolf ist bemüht, weitere finanzielle Mittel zu finden, um noch in diesem Jahr Reparaturen auf den angrenzenden Bereichen durchführen zu können. Und alle, die die Sendung kennen, wissen, jetzt geht's aus der Stadt ins Altenburger Land. Und da haben wir folgende Nachrichten erhalten. Das Lindenau-Museum hat einen neuen Direktor. Dr. Roland Grischke wird neuer Direktor des Lindenau-Museums. Das Bewerbungsverfahren zur Besetzung der Stelle des Direktors, der Direktorinnen, wir wollen ja ordentlich sprechen, im Lindenau-Museum ist abgeschlossen. Der promovierte Geisteswissenschaftler Dr. Roland Grischke wird die Stelle zum 1. November 2016 antreten. Zum Bewerbungsverfahren kann Folgendes berichtet werden. Die Stellenausschreibung wurde am 7. Mai 2016 im Amtsblatt des Landkreises Altenburger Landes und zudem auf der Landkreis-Homepage und der Homepage des Deutschen Museumsbundes veröffentlicht. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 8. Juni 2016 gingen 30 Bewerbungen ein, erklärte Matthias Bergmann, hauptamtlicher Beigeordneter und Leiter des Fachbereichs Zentrale Steuerung, dem auch der Fachdienst Personal angehört. Für die Auswahl des engeren Bewerberkreises, die am 29. Juni stattfand, tagte eine Expertenkommission zu Bergmann weiter. Die Expertenkommission bestand aus Prof. Dr. Wolfgang Holler, Generaldirektor der Museen der Klassikstiftung Weimar, Dr. Hans-Werner Schmidt, Direktor des Museums der Bildenden Künste Leipzig, Elke H.I.S. Egger, Abteilungsleiterin Kultur und Kunst in der Thüringer Staatskanzlei, Lutz Woidke, Vorsitzender des Vierterkreises Freunde des Lindenau-Museums e.V., Sabine Hoffmann, amtierende Direktorin des Lindenau-Museums und Michaele Sojka, Landrätin. Schließlich haben sich fünf Bewerber persönlich vorgestellt. Die Gespräche fanden am Dienstag, dem 9. August im Landratsamt statt. Im Ergebnis der Gespräche kam die Expertenkommission einstimmig zu der Entscheidung, Dr. Roland Grischke als Direktor für das Lindenau-Museum vorzuschlagen. Ja, und nun kurze Infos zur Person von Dr. Roland Grischke. Dr. Roland Grischke ist 49 Jahre alt, ledig und wohnhaft in Heidelberg. Nach einem Magisterstudium der Romanistik, Slavistik und Philosophie an den Universitäten in Heidelberg, Münster und Wien promovierte er 2006 an der Universität Frankfurt am Main im Fach Germanistik. Dr. Roland Grischke ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen zur Literatur, Kunst und Kulturgeschichte. Er hat über Lukas Kranach, Max Lewock und Gegenwartskunst geschrieben, aber auch über Schopenhauer, Rilke und die Kulturgeschichte des Elefanten. Er spricht Englisch, Italienisch, Französisch und Russisch, fließend in Wort und Schrift. Die Kommission entschied sich für Herrn Dr. Grischke, da er fachlich über ein sehr breit gefächertes Wissen verfügt. Er ist in der Lage, konzeptionell zu arbeiten und traut sich zu, das Lindenau-Museum in eine Stiftung zu überführen, so Landrätin Michael Sojka. Er kennt zudem die Thüringer Museumslandschaft, ist ja gut national und international vernetzt und hat hervorragende Ideen, das Lindenau-Museum weiter zu entwickeln, bemerkt Sojka weiter und ergänzt, eine weitere Stärke ist seine Kommunikationsfähigkeit, sowohl gegenüber den Medien als auch gegenüber unterschiedlichen Gremien und dem Personal. Das Lindenau-Museum ist übrigens ein Museum von nationaler und internationaler Bedeutung und eine der 23 national bedeutsamen Kultureinrichtungen Ostdeutschlands. Normalerweise müsste dieses Museum allein, wenn wir das so lesen, 30.000 Besucher im Monat haben. Ja, schauen wir mal, was sich ergibt. Weitere Informationen zu diesem Bericht erhaltet ihr unter www.abg-info.de Weiter geht's mit dem Ostthüringer Ausbildungsmarkt und der bietet Jugendlichen immer noch zahlreiche Chancen. Für zahlreiche Jugendliche gingen die letzten Ferien zu Ende. Für sie beginnt mit dem Start der Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt. Für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, stehen die Chancen gut, bald in die Lehre starten zu können. Ende Juli waren in ganz Ostthüringen 900 Jugendliche unversorgt. Demgegenüber standen aber 1670 offene Ausbildungsplätze gegenüber. Damit kommen auf einen Bewerber rein rechnerisch fast zwei freie Stellen. Allen Jugendlichen, die noch nicht wissen, wie es in den kommenden Wochen für sie weitergehen soll, möchte ich Mut machen. Keiner muss die Flinte ins Korn werfen. In Gesprächen mit den Unternehmen, die noch auf der Suche nach einem Lehrling sind, wird immer wieder die Bereitschaft signalisiert, kurzfristig noch einen Vertrag anzubieten. Oftmals ist ein Einstieg bis in den Herbst hinein möglich, spricht Ralf Burkhardt, vor allem Jugendliche an, die noch unversorgt sind, und empfiehlt eine schnelle Kontaktaufnahme mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur. Besonders viele freie Stellen gibt es für angehende Verkäufer, Kaufleute im Einzelhandel, Fachkräfte für Lagerlogistik, Mechatroniker, auch für Kfz, sowie Köche und Anlagenmechaniker für Sanitär, Klima und Heizung. Die Bandbreite ist also groß genug und bietet für jeden Geschmack das Richtige. Übrigens wurden rund 1450 neue Ausbildungsverträge von Ostthüringer Unternehmen aktuell bei der IHK registriert. Also gegenüber dem Vorjahr ist es eine Steigerung von fast 4%. Und hier nochmal ein Veranstaltungshinweis. Am 3. September findet in der GERA Kultur- und Kongresshalle die 5. GERA Ausbildungsbörse statt. Also vielleicht ist das ein Termin für euch. Das könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen unter dem Shownotizen unter www.abg-info.de Ja und jetzt habe ich noch weitere Informationen der Arbeitsagentur. Und hier geht es um Karriere mit Zukunft bei der Bundeswehr. Im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in Altenburg, Fabrikstraße 30, werden am Donnerstag, dem 25. August ab 16 Uhr, die Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr vorgestellt. Die Karriereberatung der Bundeswehr gibt in dieser Veranstaltung einen Überblick über die unzähligen Möglichkeiten bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands im zivilen oder militärischen Bereich eine Karriere zu beginnen und geht auch darauf ein, wie es zum Beispiel nach der Verpflichtungszeit weitergehen kann. Anmeldungen werden bis zum 23. August im BITS Altenburg unter der Telefonnummer 03447 580204 entgegengenommen. Und ebenfalls stellt sich der Zoll vor. Im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur, diesmal in Gera, werden am Donnerstag, dem 25. August von 16 bis 18 Uhr in einem Vortrag die Berufs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll vorgestellt. G2 Wollenhaupt von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Hauptzollamtes klärt über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungstermine, Auswahlverfahren und Ausbildungsinhalte sowie spätere Einsatzmöglichkeiten auf. Ja, und alle Veranstaltungen und möglichen Änderungen sind der Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de slash Veranstaltungen enthalten. Ja, den Link dazu, wie gesagt, vorhin schon mal unter www.abg-info.de slash Show 17. Dort könnt ihr auch alles dann nochmal nachlesen. Ihr müsst hier nichts mitschreiben. Ja, und die letzte Mitteilung in dieser Rubrik kommt von der FDP zur Entwicklung der Altenburger Destillerie und Likörfabrik. Die FDP spricht sich nachdrücklich für die weitere Entwicklung der Altenburger Destillerie und Likörfabrik am Standort Altenburg aus. In einer Stadt, in der es keine überschäumte wirtschaftliche Entwicklung gibt, sollte jede Chance zum Erhalt bestehender Unternehmen und zur Förderung ihrer weiteren Entwicklung genutzt werden, fordert FDP-Stadtrat Detlef Schiegner nach Bekanntwerden der Expansionspläne der Altenburger Destillerie und Likörfabrik am Standort Altenburg gegenüber der Presse. Für ihn zählt das Unternehmen nicht nur zu den größten Steuerzahlungen des Freistaats in der Stadt, sondern auch zu den wichtigsten Arbeitgebern im gesamten Landkreis. Darüber hinaus sind die Produkte unter dem Label Altenburger ein sehr wichtiger und noch dazu kostenloser deutschlandweiter Werbeträger für die Residenz und Skatstadt, so Schiegner. Aus Sicht des Freien Demokraten sollte es von daher eine Selbstverständlichkeit sein, dass sich der Altenburger Oberbürgermeister ebenso wie der Stadtrat dafür einsetzen, dass die Altenburger Destillerie und Likörfabrik die Möglichkeit bekommt, in der Stadt direkt neben ihrem Firmengelände am Anger zu expandieren. Ich werde mich in jedem Fall massiv dafür einsetzen, dass es dem Unternehmen ermöglicht wird, seine Produktion und Logistik wirtschaftlich erweitern zu können, damit es uns als wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler noch lange erhalten bleibt, erklärt Detlef Schiegner abschließend. Ja, und wie gewohnt kommt jetzt mal wieder unser Intro von Trends & Dark aus Altenburg. Danach geht es dann weiter mit dem Sport, den Polizeiberichten und aktuellen Veranstaltungstipps. It's the Summer Highline Ja, und da bin ich wieder für euch mit den aktuellen Informationen aus der Rubrik Sport. Ja, und es gab wieder Kreismeisterschaften im KK-Gewehr mit Zielfernrohr in Schmölln. Am vergangenen Samstag fand im Schmöllner Kapsgraben die Kreismeisterschaft in der Disziplin KK-Gewehr mit Zielfernrohr statt. Zahlreiche Sportler aus dem Landkreis stellten ihr Können unter Beweis und kämpften um den Titel des Kreismeisters. Bei den Damen gewann Angelika Erhard vom SV Windisch-Läuber mit 272 Ringen. Mit nur drei Ringen weniger holte Kerstin Weibel von der SG Schmölln die Silbermedaille und verwies ihre Vereinskameratin Christina Reichenbach mit 268 Ringen auf Rang 3. René Michel von der SG Schmölln holte bei den Herren mit 282 Ringen souverän Gold. Cedric Oehler, 279 Ringe und Falk Zareos mit 278 Ringen von der NSG Schmölln landeten auf Rang 2 und 3. In der Herrenaltersklasse überragte Markus Kaminski vom SV Barbarossa, der mit 293 Ringen nicht nur Gold holte und Kreismeister wurde, sondern auch das beste Tagsergebnis ablieferte. Thomas Gutschker vom GKSV Hasselbach musste sich trotz überzeugender 285 Ringe mit Rang 2 zufrieden geben und Uwe Oehler vom NSG Schmölln sicherte sich mit 276 Ringen den dritten Platz. Bei den Senioren A ging es denkbar knapp zu Manfred Krippgans vom SG Herzog Ernst schoss sich mit 292 Ringen an die Spitze. Hans-Jürgen Gutschker holte sich mit nur einem Ringen weniger Silber. Frank Böhme vom SV Barbarossa und Ralf Erhard SV Windischleuber lagen mit 290 Ringen gleich auf. Am Ende überzeugte Böhme aufgrund des besseren Trefferbildes und verwies Erhard auf den vierten Platz. Bernd Albrecht vom SV Barbarossa reichten bei den Senioren B 289 Ringe zum Sieg und bei den Senioren C lag Winfried Müller von der NSG Schmölln mit 286 Ringen ganz vorn. Die Kreismeisterschaft war zudem der vierte Teilwettkampf der Kreisrangliste. Der fünfte und letzte Wettkampf findet am 17. September erneut im Schmöllner Kapsgraben statt. Und dort geht es dann um den Pokal der Landräten. Ja und die nächsten beiden Meldungen kommen vom ZFC Meuselwitz. Und zwar wird das Pokalspiel in Schlotheim auf dem Samstag vorverlegt. Der Thüringer Fußballverband hat das Pokalspiel des ZFC Meuselwitz gegen die SG SV Fortuna 49 Körner von Sonntag 15 Uhr auf Samstag 15.30 Uhr vorverlegt. Hintergrund ist die zeitgleiche Ansetzung der zweiten Mannschaft des gastgebenen Vereins und die vom dortigen KFA auch auf Antrag nicht vorgenommene Verlegung der Ansetzung. Der ZFC ist der Bitte der Gastgeber gern nachgekommen und freut sich auf einen spielfreien Sonntag. Ja und hier eine Vorankündigung. Breite Leistungsschau zum ZFC Fußballfest. Erstmals in der Vereinsgeschichte des ZFC finden am 26. und 27. August, also nächstes Wochenende, im Rahmen des Fußballfestes ausschließlich Punktspiele aller Mannschaften in Wettkampfbetrieb statt. Dies gleicht somit einer Leistungsschau, da die Zeit der Test- und Vorbereitungsspiele dann vorüber ist. Umrahmt werden die Punktspiele der 11 Mannschaften durch Spiele der Bambini, F-Junioren und Ü50, einem Mega-Kicker-Turnier, einem Kinderfest sowie mehrere unterhaltsame Programmteile und Abendveranstaltungen. Das gesamte Programm könnt ihr auch bei uns nachlesen. Den Link zur Veranstaltung findet ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ja und das war es jetzt vom Sport. Weiter geht es mit den Polizeimeldungen und die werden wie immer präsentiert von Fahren fetzt, eurer Fahrschule aus dem Altenburger Land. Ja und ich kann nur sagen, dort fetzt das Fahren. Okay, legen wir los mit den Polizeimeldungen dieser Woche. Da haben wir zum einen vom 13.8. und 14.8. die Meldungen, es wurde eine Sporttasche entwendet. Im Tatzeitraum vom 12.8.19.45 bis 13.8.7.40 schlug ein unbekannter Täter bei einem Pkw, welcher in der Friedrich-Ebert-Straße abgeparkt stand, die Seitenscheibe ein und entwendete eine auf der Rücksitzbank abgelegte Sporttasche. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 034474710 melden. Ja und der Buntmetalldiebstahl reißt nicht ab. Am 12.8. gegen 15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger in der Albert-Einstein-Straße einen männlichen Tatverdächtigen, wie er von einer Baustelle Altmetall verlud. Daraufhin verständigte er die Polizei, die den Mann in der Erich-Meter-Straße mit dem Diebesgut stellte. Gegen den Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwererem Fall des Diebstahls eingeleitet. Ja und es wurde mal wieder Lack zerkratzt an Autos in der Zeit vom 12.8.20 Uhr bis 13.8.7 Uhr zerkratzten unbekannte Täter in der Gleisstraße den Lack von insgesamt 12 geparkten Autos. Also ich weiß nicht was in den Köpfen von diesen Menschen vorgeht. Für die scheint wohl das Eigentum anderer nichts wert zu sein. Also ich hoffe ihr werdet erwischt und hört das hier. Ja und wer Hinweis zu den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 034474710 melden. Ja und am 15.8. erreichten uns folgende Meldungen. Es wurde ein Graffiti-Schmierer festgenommen. Am frühen Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr hörte ein aufmerksamer Bürger das typische Klack- und Sprühgeräusch vom Farbdosen aus einem leerstehenden Gebäude in der Eisenbahnstraße und informierte unverzüglich die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Gebäude und stellten einen 23-jährigen Gera, welcher mit einer Vielzahl an verschiedenen farbigen Sprühdosen am Tatort wirkte. Sämtliche Sprühdosen wurden beschlagnahmt und der Täter erkennungsdienstlich behandelt. Da dem Beschuldigten ein in zähne typischer Sprache ausgedrückter TAK, das ein individueller Schriftzug, zugeordnet werden kann, ist eine Klärung weiterer Straftaten der Sachbeschädigung durch Graffiti in nächster Zeit hochwahrscheinlich. Und es gab in Altenburg brennende Mülltonnen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde eine Mülltonne, welche mit Pappresten gefüllt war, um die Mitternachtszeit von Samstag auf Sonntag in der Plantanstraße in Altenburg Südost in Brand gesetzt. Aufgrund des leicht entflammbaren Inhalts breitete sich das Feuer schnell auch auf die unmittelbar daneben stehenden Restmülltonnen aus. Eine Gefahr für umstehende Häuser oder gar Personen bestand zu keiner Zeit. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Die Tonnen wurden jedoch völlig zerstört. Die Polizei bittet dringend um Unterstützung aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieser Straftat. Ja und die nächsten Meldungen beziehen sich jetzt mal wieder auf einen Garteneinbruch und auf einen schweren Unfall. In der Nacht zum Montag brachen derzeit unbekannte Täter in die Gartenanlage Heinrich Heine in der Albert-Einstein-Straße ein. Nachdem in eine Laube gewaltsam eingebrochen wurde, entwendeten der oder die Täter alkoholische Getränke sowie Kleidung im geringen Wert. Die Sachschadenshöhe ist auch nicht immens. Ein Pferden-Suchhund kam zum Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonderen schweren Falles des Diebstahls wurde eingeleitet. Ja vier verletzte um Vollsperrung in Altenburg. Am Montag gegen 17 Uhr befuhr ein 49-jähriger Opel-Fahrer die B180 aus Richtung Altenburg in Richtung Rositz. Ja das ist unten in der Senke mal wieder. Da dieser links abbiegen wollte und Gegenverkehr entgegen kam, blieb er stehen. Die hinter ihm rollende 40-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies und hielt rechtzeitig an. Jedoch reagierte der dahinterfahrende 29-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr auf dem Pkw-Skoda auf, welcher weiter auf dem Pkw-Opel geschoben wurde. Dabei wurden der 29-Jährige, die 40-Jährige sowie deren beiden Insassen, zwei Kinder im Alter von 7 und 13 Jahren leicht verletzt. Der Schaden ist sehr hoch gewesen. Die B180 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Alle leicht Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Skoda und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Ja Leute, die Schule hat begonnen und es kommt auch wieder zu Schulwegsüberwachung, was auch sehr richtig ist, finde ich. In den Morgenstunden des Dienstags führten Polizeibeamte mittels Lasermessung Geschwindigkeitskontrollen vor Schuleinrichtungen durch. Positiv war hierbei festzustellen, dass bei weit über 100 gemessenen Fahrzeugen lediglich sechs die zulässige Höchstgeschwindigkeit in geringem Maße überschritten. Auch in den nächsten Tagen werden derartige Kontrollen vor den Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Altenburger Land fortgesetzt. Ja und Meuselwitz gab es ein Kennzeichen-Diebstahl. Dienstagnachmittag wurden durch Unbekannte bei einem abgestellten Fahrzeug beide Kennzeichentafeln BLK Trennung AA 584 entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Heimbergsee abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Ja und der Bericht am 18.08. verhieß auch wieder nichts Gutes. Ja und zwar gab es wieder auf der B93 einen tödlichen Verkehrsunfall. Am 17.08. gegen 16.30 Uhr ereignete sich auf der B93 bei Ponez im Altenburger Land ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines PKW Smarts bevor die B93 aus Richtung Merane kommend. In Höhe der Ortslage Guteborn überholte er ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Es soll sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Zu diesem Zeitpunkt kam aus einem Land- und Forstwirtschaftsweg ein Traktor mit Anhänger, welcher auf die Bundesstraße in Richtung Merane auffuhr. In der Folge kollidierte der Smart mit dem Traktor frontal. Der Smartfahrer wurde im PKW eingeklemmt und er lag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und Rekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugerufen. Die Identität des Fahrers des weißen Transporters ist noch nicht bekannt, da er weiterfuhr. Auch gab es Ersthelfer, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes an der Unfallstelle blieben und dann noch vor Eintreffen der Polizei den Ort verließen. Um den Unfall ganzheitlich rekonstruieren zu können, werden Zeugen, die etwas vom Unfall mitbekommen haben, die Ersthelfer und der Fahrer des weißen Transporters gebeten, sich dringend mit der Polizeiinspektion Altenburger Land Verbindungen zu setzen. Die Telefonnummer wäre 034474710 oder auch 0344912110. Ja, und die weiteren Meldungen wären ein Gartenlaubeneinbruch und ein Kellereinbruch. Ja, ist ganz schön was los, wie ihr mitbekommt. Unbekannte drangen gewaltsam in eine Gartenlaube in der Gartenanlage in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg ein. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 13. bis 17. 8. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Laube. Anschließend entwendeten sie aus einem Schuppen Getränke und einen DVD-Player. An der Laubentür entstand Sachschaden. Und im Zeitraum vom Dienstag 14 Uhr bis zum Mittwoch gegen 15 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Keller an der Glashütte in Altenburg eine Anglerausrüstung. An der Kellertür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise zur Tat und Täter sowie dem Verbleib der Anglerausrüstung erbittet die PI Altenburger Land unter 034474710. Ja, und ganz frisch eingetroffen in unserem Postfach die Polizeinachrichten von heute. Und zwar gab es in Schmölln eine Körperverletzung. Am 18.08. gegen 20.15 Uhr kam die Polizei in Schmölln in der Windbergstraße zum Einsatz, da hier ein Mann im Einsatz befindliche Kameraden der Feuerwehr attackierte und schlug. Wie sich herausstellte, war der Mann psychisch krank. Gegen ihn wird Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Ja, und es kam zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Am 18.08. der Zeit von 8.10 bis 8.40 Uhr ereignete sich auf dem Netto-Parkplatz in Rositz in der Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an einem abgeparkten Ford und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Ja, und das gleiche ist in Altenburg passiert. Am 18.08. zwischen 8.00 und 9.00 Uhr stand ein PKW-BMW auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße in Altenburg. Das abgeparkte Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zu beiden Verkehrsunfallfluchten sucht die Polizei Altenburg Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der bekannten Rufnummer 034474710 melden. Ja, und weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik aktuelle Polizeinews nachlesen. So, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu den aktuellen Veranstaltungstipps, zumindestens die uns vorliegen. Ja, und heute ist wieder Sachs-Zeit. Heute ist this fucking night in der Sachs-Club-Zone Schmölln. Los geht's ab 22 Uhr. Du wolltest schon immer mal im Mittelpunkt stehen. Alle Blicke sollen auf dich gerichtet sein. Du willst eine Party nach, die du nie wieder vergisst? Dann komm zu uns in deine Sachs-Club-Zone Schmölln. Heute feiern wir dich. Und was bieten wir dir? Bis 23 Uhr gibt's den Eintritt frei für alle. Es gibt Getränke-Specials und Freundschaft wird belohnt. Kommst du bis 0 Uhr mit zwei Freunden, spendieren wir dir eine Flasche Sekt. Ja, und Ladies im Kleid und Männernhemd haben die ganze Nacht freien Eintritt. Im Main-Floor spielt für euch der DJ Pip. Soweit zum Sachs. Und weiter geht's mit dem Dorf- und Vereinsfest in Dobitschen. Und das beginnt am 19. also heute ab 17 Uhr bis morgen Abend. Das Dorf- und Vereinsfest 2016 wirft seine Schatten voraus. Die Verantwortlichen stecken voll in den Planungen für das größte Event des Jahres in der Gemeinde Dobitschen. An allen beiden Tagen werden Schausteller vor Ort sein. Auch in diesem Jahr bieten die Vereine wieder kulinarische Extras, die es so sicher nicht auf jedem Dorffest geben dürfte. Und ebenso wird die Cocktailbar wieder eröffnet und weitere Highlights sind in Planung. Ja, und hier mal ein kurzer Abriss. Heute ab 17 Uhr gibt es das Fußballturnier für Kinderteams. Ab 18 Uhr Live Rock mit lauter Staub auf der Freilichtbühne. Und ab 21 Uhr dann Disco im Festzelt mit SOS, Sound of Sarah. Ja, und morgen ab 9 Uhr Fußballturnier für Freizeitmannschaften auf dem Sportplatz. Ab 14.30 Uhr dann Spiel und Spaß für Kinder. Und ab 18 Uhr dann das Highlight. Erste Feuerstein Rallye. Und ab 21.30 Uhr gibt es dann Livemusik im Festzelt mit Enzo und Claudi. Ja, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Das Tagesticket kostet 3 Euro. Das Kombiticket 5 Uhr. Und der Veranstaltungsort ist der Festplatz. Der Link dazu in den Shownotizen. Die nächste Veranstaltung ist ebenfalls heute für Kurzentschlossene. Da gibt es eine Vernissage in der Galerie Altenburg. Petra Armag stellt Farbeform um Fantasie in Altenburg vor. Ja, los geht es. 18.30 Uhr bis 20 Uhr. In der Galerie Altenburg Leipziger Straße 22. Der Eintritt ist frei und Parkplätze sind vorhanden. Auch hier wieder der Link in den Shownotizen. Und für die ganz Interessierten unter euch gibt es am Sonntag, den 21. August, ein GZ-Vortrag. Wie man keine Zwangsgebühren mehr zahlt. Das Ganze wird veranstaltet vom Bürgerforum Altenburger Land und vom Deutschen Zivilschutz e.V. Und es beginnt 15.30 bis 19 Uhr im City-Hotel Bettinerhof. Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldung bitte unter den Anmeldelink zu dieser Veranstaltung findet ihr dann auch in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ja, und die letzte Veranstaltung für heute in dieser Sendung. Die 18 Western-Tage stehen an. Vom 19. bis 21. August 2016 in Hasselbach. Erstmalig stellen wir die Western-Tage in diesem Jahr unter ein Motto, das unseren Gästen noch größere Abwechslung bringen soll. Das thematische Motto wird künftig im Jahrestag wechseln und stets einen anderen Teil des Wilden Westens beleuchten. Von euch erhoffen wir uns hierbei tatkräftige Mitwirkungen im Hinblick auf Kostüme, Auftritte und Dorbietungen. Feiert mit uns die großartige Zeit der Pioniere und lasst die Tage der Prärie-Schoner wieder auferstehen. Jeder ist mit seinem Beitrag willkommen, ob mit zeitgenössischem Kostüm, spannenden Auftritt oder skrupelloser Gesetzloser, der es auf die Wagentrecks abgesehen hat. Durch die Western-Stadt soll in diesem Jahr laut der Ruf der Siedler schallen. Weitere Infos erhaltet ihr unter www.westerntage.de oder im Büro der Kohlebahn. Ja, und ich wünsche euch für dieses Wochenende viel Spaß, egal wo ihr seid und was ihr macht. Genießt das Wetter, es soll ja wieder sommerlich werden. Ich verabschiede mich für heute von euch. Wünsche euch alles Gute, bis nächste Woche. In diesem Sinne, euer Uni. Bye, bye. It's the Summer Highland Bis zum nächsten Mal.